Hallo Kinder, wie geht es euch? Welcher Tag ist heute? Heute ist Freitag. Ja, heute ist Freitag. Gut, dann singen wir zusammen, ja? Erst kommt der Montag und dann der Dienstag, danach der Mittwoch und dann der Donnerstag. Dann kommt der Freitag, Samstag, Sonntag und nach dem Sonntag geht das Ganze von vorne los. Noch einmal. Erst kommt der Montag und dann der Dienstag, danach der Mittwoch und dann der Donnerstag. Dann kommt der Freitag, Samstag, Sonntag und nach dem Sonntag geht es dann von vorne los. Ja, Kinder. Und jetzt singen wir das Lied für die Mama. Liebe Mutter, liebe Mutter, ich bringe dir heute ein Lied und ein Küsschen und ein Herz voller Freude. dass wir gar nicht getraubt sind.